Hieß denn Wendigo nicht die Dinger aus Until Dawn? Ja, das auch, genau. Wendigos werden aber gleich bei Alles verwendet. Also, was guck ich denn an? Ich bin momentan eigentlich wirklich recht wenig... Ähm... Was ich... Was guck ich denn? Wüsste ich gucken? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf Naruto? Habe ich viel... Ah, geguckt. Natürlich alles. Hier sind noch andere Sachen geguckt. Aber einer. Nein, ich brauche lieber nicht. Was sind wir hier? Warum mussten wir am Anfang noch was machen? Ähm... Werden wir sehen. Ich schreibe es mal ins Discord. Ich habe jetzt gerade nicht den Kopf darüber nachzudenken. Muss ich leider zu... Ich weiß nicht, wie es du pokst. Genau. Oh. Dann müssen wir es noch werfen. Hahahaha. Genau so! Nur zum richtigen Zeitpunkt. Du bist ein unglaublicher Typ! Thanks. Alle cool, jetzt kommen wir jetzt zum Anfang. Das ist gut. Aber wie kommen wir da oben rein? Vielleicht all the way zurück nochmal mit den Schweinen durchs Wasser oder so und dann... Da kommen wir nicht hin mit den Schweinen. Nein. Aber auch da unten. Was ist da... Was ist... Was soll das hier? Was soll das da? Oh. Was ist das rechts da? Was ist das für Unsinn? Die macht immer... Die macht immer... Die Dinger an und aus. Das ist so wie bei Mario Maker. Dass du irgendwie so eine Contraption hast, damit die über ein und aus geht. Guck mal schnell, dass es hier so drüben so gibt. Wie kommen wir da oben rein? Oh. Und ich? Von irgendeiner der Wände muss es ein... Wissen die Blöcke durchlaufbar sein. Soll ich mal versuchen da hinzukommen? Ja, versuch mal. Soll von der Rassenbeschreibung auf ihn zutreffen. Finde Wikipedia-Beschreibungswendigos völlig anders zu klingen. Von der D-D-Wendigo kann ich auch zutreffen. Großgewein, mehr Übereinstimmung kenn ich nicht. Jetzt komm ich ja nicht mehr hier rüber. Fuck. Hallo. Wir kriegen das Wollknäuelchen nicht. Ja, wir kriegen das halt nicht. Okay. Wendigo, es gab so einen Mildel Pony. Ich überlege gerade... Sehr gut. Es gab... Ich überlege gerade, wo es da Wendigos gab. Ja, doch, die im zweiten Film... Ach da. Im zweiten, ähm... Ne, warte, stimmt. Im zweiten Film gab es die und das waren die, die das alles vereist haben. Stimmt, genau. Ja, Alec, ich weiß. Tut mir leid. Was, Apropos Mario Maker? Hm... Ich spiel die letzte Runde nicht. Ich hab die ja immer gestreamt oder aufgenommen. Warum tust du das nicht? Und, äh... Und, äh... Äh... Weiß die Anni auch nicht. Ich hab die jetzt gedacht, ich spiel sie einfach nur so für mild. Aber... Sogar dafür... Hab ich keine Zeit, weil ich mit Mr. Kadhafi streamen muss. Ach so, jetzt bin ich ja noch schuld. Ja. Ach so. Okay, komm hoch. Ja. Das ist wieder so typisch Biber. Was denn? Nix. Ist okay. Lass mich hinten alleine. Ich glaub schon, man kommt da alleine und ich bin doch auch alleine da hochgekommen. Nein, bist du nicht. Ich hab dir hoch... Ich hab dir hochgeholfen. Aaaaah. Ich bin immer schuld, das stimmt. Ich bin immer schuld. Die Weihnachtsfolge über die drei... Ja, genau. Das, genau. Die... Und aber auch im zweiten Film, Mengi. Im zweiten Film waren die auch da. Das waren nämlich, glaub ich, auch Wendigos in dem... Im zweiten... Ja. Ich versteh, das ist doof. Aber ich kam einfach... Ich hab einfach gar keine... Gar keine Abende. Und der erste, wo ich heute mal Zeit hatte, war dieser. Weil wir so lange das hier nicht mehr gemacht haben, hab ich das bevorzugt. I'm sorry. Warte, bleib da rumstehen! Warte, bleib da rumstehen! Warte, bleib da rumstehen! Warte, bleib da rumstehen! Wo geht's hier hin? Ich hätte hier oben die ausmachen müssen! Ach so! Komm, jetzt helf ich dir auch! Ich bin aber zu eilig! Weil du hilfst mir! Komm ich da hin! Na, komm doch! Mach doch! Hahaha! Au! Müssen wir irgendwie auch runter! Genau! Sehr gut! Alter! Sehr gut! Ja, das kann man bestimmt auch ohne Tod schaffen! Ach, das stimmt! Stimmt! What a beautiful gemstone! What a beautiful gemstone! What a beautiful gemstone! What a beautiful gemstone! Oh! Das ist geil! Das ist geil, bis auf! Bäum, Bäum! Ah! Ist ja richtig gut! Jaha! Und wieder tot! Ich warte! Oh Gott! Danke! Danke, Spiel, dass du Gnade mit mir hattest! Well, let's bounce! Yes, da haben wir alles! Nein! Wie gemein! Hi, Richard! Hallo, hallo! Schön, dass du da bist! Ich kann es uns anbieten, dass du sie spielst und ich das für dich schneide! Nee, ich muss es ehrlich gesagt gar nicht aufnehmen! Ich muss sie nur spielen und bepumpen, das ist alles! Das ist super easy! Das kann ich eigentlich mal vorm Einschlafen machen! Aber heute nicht, weil ich morgens schlafe, äh, schlafen muss! Schlafen? So heute? Ich muss morgen nicht arbeiten! Ich muss morgen ins Büro! Ich muss jeden Tag arbeiten, aber morgen im Büro, das ist ein bisschen bitter! Oh! Habe ich das jetzt geworfen, dass ich gar nicht mehr da hinfahren muss! Ich muss mal finden, dass ich ein bisschen spielst. Mängie, guck auch die Eccrestian Girls hier! Das ist auch richtig gut! Ich sag mal nach! Wenn sie damit eine komplett neue Lore eröffnen und eine komplett neue Welt! Also sie könnten jetzt jederzeit eine neue Serie zum Beispiel nur damit eröffnen! Dadurch, dass My Little Pony jetzt ja vorbei ist! Fertig mit Magic! My Little Pony ist vorbei? Ja! In Staffel 10 ist es vorbei! Und wie war das Ende? War das Kapitänik? Habe ich nicht gesehen! Ich gucke das Ende nicht! Weil, solange ich das Ende nicht gucke, ist die Serie nicht vorbei! Das ist so toll! Ja! Oh ja! Warte, ich vergaß! Ich vergaß! Ich vergaß! Das war... Das war das für ein Rümpi-Wurf! Das war ein einziger Wurf! Beste Logik! Ja, so ist meine Logik! Die Beste! Das meine ich nicht! Jetzt werden wir wieder unterstellt, dass ich arrogant bin! Ja, genau! Ah, nein, nein, nein! Wir müssen... Achtung! Hier rein! Sehr gut! Es ist ein bisschen ziel! Zu einfach! Die nötige Anzahl an Gems zu bekommen! Das stimmt! Die drei Gems sind wirklich super billig! Oh! Ich vergaß! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich tue! Ich war abgelenkt! In meinem Kopf! Ich brauche dich hier! Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich... Ich... Ich tue mein Bestes! Um nicht dumm zu sein! War das gut? Und du bist hierher? Du kannst jetzt hier zu mir! Genau! Du hast den... Warte mal, jetzt nehmen wir den... Den... Nein! Wie scheiße ist das denn? Nehmen wir den zweiten! Warte mal, wo ist der... Wo ist der Öl? Nein! Da brauche ich mich wahrscheinlich gar nicht. Da bin ich rausgekommen! Du musst den... Irgendwo muss ja auch noch der Head sein, ne? Was passiert hier? Sliden! Zeig mir wie du das machst. Achso! 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 Ich dachte Sliden, wenn das Ding unten ist, oder wenn das nicht da ist. Das ist totaler Quatsch. Was ist da unten los? Ah, das ist wieder nur ein Grundding. Was ist denn? Come on! Ah, shit. Ich finde das gut, das ist super. Und wieder so ein Roboter. Das ist Mr.Hady the Headfriend. Ja, das ist natürlich richtig gemein gerade. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Kein Problem. Warte, lass uns erstmal den Roboter ausschalten. Können wir nicht. Oh, falsche Waffe? Kann ich den boxen? Warte mal, ich versuch dir mal zu... Kann ich dich... Kann ich dich... Ich versuch das Feuer auf dir zu ziehen. Oh mein Gott, du hast es erledigt! Oh mein Gott, du hast es erledigt! Ah, ich auch noch nicht. Ich war verwirrt. Nur den REST Teil, den hab ich gut verstanden. Warte mal, als ich noch so ein Streaming-Abo hatte... Ja, der Hut Karana, genau. Hast du das geguckt? Okay. Ist okay, Büber, mit der mangelnden Zeit und Motivation kann ich nachvollziehen. Du machst das schon. Ja, das muss ja auch Spaß machen. Das ist ja, glaub ich, auch ganz, ganz wichtig bei dem Ding, dass du halt auch wirklich Bock drauf haben musst. Ja, das stimmt, aber das ist schon arschig. Weil das ein Community-Projekt ist. Und da sind halt alle drauf angewiesen, dass es weitergeht. Ja, das stimmt. Weil hier wird halt die Luft irgendwann raus und das ist Kacke. Ich kann das schon verstehen. Klar, aber ich mein, wenn ich sehe, wie schwer manche Level da sind, ist es halt auch, wenn du da ohne Bock dran gehst... Ja, stimmt. Warum bauen die Ärscher die so schwer? Ja, ihr könnt doch einfach mal... Oh mein Gott. Einfach mal ein netter Level bauen. Für Bieber. Das musst du. Machen sie auch. Ich bin doch einfach meistens ein bisschen dumm. Weil jetzt schießt er nämlich hier runter. Jetzt muss der andere aber weg. Der andere muss weg. Genau, mach den mal weg. Aber wie kommst du jetzt rüber? Muss ich nicht. Du musst runter gehen. Und dann passiert irgendwas Wunderbares. Oh. Nein. Geh einfach rüber. Geh einfach rüber. Dann machst du das Wunderbare. Sehr gut. Aber da drüben ist noch irgendwas, ne? Ja. Das ist ein bisschen feitakulär bei dir. Ich frag mich, wozu wir das überhaupt gemacht haben. Das ist voll dumm. Warte mal. Warte mal. Komm mal hoch. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Geh mal hier. Okay. War besonders gut von mir. Äh... Ich muss... Warte, warte, warte. Das hat... Ich muss hier rüber. Weil... Das hab ich doch schon gemacht. So. Geh mal jetzt runter. Hä? Und jetzt kannst du nämlich... Jetzt geht das nicht weg. Achso. Achso. Warum war das denn überhaupt da? Warum war das denn überhaupt da? Warum war das denn überhaupt da? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Jetzt hab ich den da... In der geilen Scheiße eingesperrt. Jetzt macht er hier gute Sachen für uns. Aber... Wie kommen wir jetzt weiter? Ich weiß aber nicht was. Hahaha. Hahaha. Ich find's gut, wie verwirrt wir sind. Ach! Hier kommen wir runter jetzt. Ja. Oh. Wir müssen möglichst nach oben bleiben. Ja. Wir müssen möglichst nach oben bleiben. Ich bin gleich nach oben gefallen. Hahaha. Sehr gut. Wir müssen möglichst nach oben bleiben. Und tot. Hm. 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 Nein, so knapp. Ich hatte es fast. Das war der letzte. Hm. Hm. Das war der falsche. Ah, schon wieder. Kacke. Fick die Kacke. Was? Entschuldigung. Gute Beleidigung. Gute Beschimpfung. Nein! Stimmt nicht. Nein, schon wieder. Ich bin ein Wurstkopf. Das ist auch ein Wunderbegriff. Warum kommt der so spät, der Gelbe? Der kommt zu spät. Mein goodness gracious. Ah. Man kann verhindern, dass die spawnen. Wie? Wenn jemand drin steht. Ähm. Ich stehe sicher. Das habe ich eben gemacht. Deswegen ist das später gespawnt. Ah. Jetzt verstehe ich alles. Ihr seid schon glitzergrün. Das war letztes E-Level. Ja, ja. Ich war ein bisschen zu langsam. Da, 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 da. Warum spawne ich nicht und wenn ich schon oben war? Ich auch nicht oben war vermutlich. Wie oben war unten. What do you do as a drinking sailor? Nein. Oh mein Gott. Was? Haha. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Alles war geil, was wir gemacht haben. Völlig. Das war richtig gut. Nichts hat man mehr geplant. Oh, Alter. Oh. Haha. Hey! Okay. Ah, ich habe es gesehen. Q. Warte. Ich habe es nicht gesehen. Komm schon. Schön, Harry. Es war genau so geplant. Warte. War das der richtige Zeitpunkt? Jetzt. Nein, 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 nein. Pass auf. Jetzt. Du bist der Experte, der für Kommentare viel zu spezialier ist und sie so zu verhandeln hat, dass eine ganz andere Bedeutung noch herauskommt. Ich würde sagen, nach der Welt ist irgendwie kein Battleblock Theater mehr am Start. Ne, die machen wir noch fertig, oder? Oder hast du noch keine Zeit mehr? Ja, das kann ich richtig gut. Und ja, man muss einfach Staffel 5 aufhören zu lesen, dann endest du noch nie. Bis zum nächsten Mal. Du bist nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!